Testen wir heute mal in der neuen Version 1.3.8.2 den Formula Ultimate Generation 2 Wagen und zwar im speziellen den Ferrari von Carlos Sainz in der Nummer 55. Dieses Update bringt in Bezug auf diesen Wagen mit sich, dass die vordere Vibration von den Abweisern des Frontflügels simuliert wird jetzt. Es soll vibrieren, was vorher scheinbar nicht der Fall war. Schauen wir mal uns an, was es damit auf sich hat. Gehen wir kurz auf die Strecke, also von hier. Kurzes Video. Keine Zeit, muss viel arbeiten. Ich bin kein Profi hier im Bereich der Rennsimulation, obwohl ich das eigentlich am liebsten mache. Gehen wir mal auf Spielberg. Das ist ja die nächste Rennpiste, die ansteht für den nächsten Grand Prix in Österreich. Spielberg, eine schöne Strecke inmitten der Berge Österreichs. Gerhard Berger kennt die Strecke natürlich gut. Auch Niki Lauda hat hier schon mal gewonnen. Aber wir sind jetzt von der Streckenvorschau schon an unserem Auto in der Garage fast. Gehen wir kurz nach unten und dann etwas nach rechts. Das ist schon mal ganz gut. So, wir sind bereit also hier für einige Runden um diesen Kurs in Spielberg. Die Reifen müssen natürlich warm gemacht werden, denn noch sind wir nicht auf Idealtemperatur. Zweiter Gang und es geht hinauf, kurz den Berg in der Boxengasse. Über die Kuppe und jetzt schon auf der Strecke. DRS schon verfügbar. Wir müssen erst noch den Knopf finden, um ihn zu aktivieren. Kurz geht mal der Computer in die Knie. Nichts Schlimmes. Nochmal DRS. Es geht den Berg hinunter im achten Gang. Dann drei, fünf Gänge zurück. Sorry, in den dritten Gang. Siebter Gang und dann hinunter in den fünften für diese lang gezogene Linkskurve. Noch einmal fünfter Gang für die nächste Schikane oder Kombination. Links, rechts, den Berg hinauf. Viele, zu viele Gänge nach unten geschaltet hier in dieser schnellen Rechtskurve beim 50-Meter-Schild. Fangen wir mal jetzt an, etwas ernsthaft an Geschwindigkeit aufzubauen. Und wir sehen schon tatsächlich eine kleine Vibration, zumindest meine ich, das erkennen zu können, an den kleinen Abweisern, an den sozusagen Schutzflächen der Vorderräder. Gehen wir etwas zu spitz hinein in diese Kurve. Das Heck dreht sich weg. Wir müssen noch etwas Feintuning machen. Etwas an unserer Fahrweise schrauben. Viele Kilometer sind es ja nicht, wie ich bisher auf dem Buckel habe, mit diesem Fahrzeug. Dennoch kommen wir gut durch, jetzt durch die letzten zwei Kurven der ersten gezeiteten Runde. Der ist Achtergang. Und wieder macht der Computer Schwierigkeiten. Das hängt aber irgendwie auch am Spiel. Manchmal hat er so kleine Zucker oder Zuckungen. Zum Glück tritt das nicht oft vor oder nicht oft auf. Und wir gehen über die Kerben hinein in die Auslaufzone. Nehmen wir mal etwas die Kerben mit jetzt für diese Kurve. Und wieder geht der Computer kurz einmal in Ruhe-Modus. Was ist da los? Irgendwie hat der PC heute seine Schwierigkeiten. Noch mal kurz durchchecken. Sind alle Verbindungen aktiv? Kommt Strom hinein oder fahre ich nur auf Akku? So, machen wir noch einmal eine schnelle Runde. Bleiben wir im fünften Gang. In der letzten Kurve. Und los geht's. Gut erwischt jetzt die erste Kurve. Hinein getrifftet in die zweite. Und über den Strich für die zweite DRS-Zone. Wieder quer hinein in diese komplizierte Bergab-Rechtskurve. Versuchen diesmal hier eng zu bleiben. Zunächst gelingt uns das, aber dann am Ausgang wird es zu weit. Wird das eine Verbesserung? Jawohl. Nicht ideal. Aber immerhin auf eine 1.06 noch gebracht. Da sind wir also. Kommen hinein in diese schnellste Runde. Auch diese langen gezogene Gerade, die etwas nach links hinauf biegt. Achter Gang hinunterschalten. Da geht es kurz. Spitz hinein. Verlieren kurz das Eck, aber können die Kurve ganz gut erwischen. Noch einmal hinauf bis in den achten Gang. Hinunter. Dann in den dritten. Zu weit am kurzen Ausgang. Ja, dass du bei mir bist. Dann hier, diese Linkskurve. Versuchen wir zunächst, Ihnen am Kerb zu bleiben, aber es führt uns etwas nach außen. Am Ausgang. Die Zeit verloren, aber im Großen und Ganzen könnt ihr uns verbessern. Das war's für heute. Ein kurzes Video. Wie gesagt, gezeigt habe ich zur Zeit nicht, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Bis bald. Zu einem nächsten Video. Und tschüss. Von Alonso. Die Sekunde der Ewigkeit. Ich will die Sterne erleben mit dir.